Frau Creature, ich habe den Grund zur Annahme, dass zahlreiche Regeln von Ihren Schülern gebrochen werden. Aber na klar! Lassen wir es auf dem Festival eimerweise regnen... Nein, Wolter, das tust du nicht. Lassen wir es auf dem Festival eimerweise regnen. Nein, Wolter, das tust du nicht. Ich drücke einen Knopf und die Wolke bewegt sich. Wunderbar! Aber wie machst du das? Oh, das ist etwas multiwellentechnologisch... Oh Mann! Das sind aber auch schwierige Worte. Witzig, dass du das hier erwähnst. Okay, ich brauche eine dysbigliotische Vergrößerungsklemme und einen Hufeisenbogenstrahlmodulator. Ich vermute, ich muss die Sache wohl selbst in die Hand nehmen. Wenn diese Technologie in falsche Hände geraten würde, könnte das zu einer Umweltkatastrophe führen. Mit Überschwemmungen, Dürren und dem totalen Wetterchaos. JJ, mach auf! Ich werde von Mutantenkarotten gejagt. Hahaha, von Mutantenkarotten gejagt. Sehr witzig. Das muss was mit dem Dünger deiner Oma zu tun haben. Das hier ist nach einem streng geilen Familienrezept von meiner Oma gebraut. Wie konnte das denn passieren? Du hast doch nur einen Tropfen benutzt. Naja, vielleicht war es auch... Hahaha, von Mutantenkarotten gejagt. Hahaha, von Mutantenkarotten gejagt. Das hier ist nach dem Dünger. 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 Vielen Dank.